Ich werde das mal gerade ein bisschen... Wenn du Coaching rausschneidest... Ah, immer. Immer. Das geht nämlich nicht. Da kannst du dein Kotchen reinschneiden. Dann setzen sich nämlich glücklich alle hin und gucken dann an, was bereden sie dann bei der Ersatzpause. Mir geht es nur ums Spielerische. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Applaus 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 Das ist ein ganzes Wettbewerb. Applaus Vielen Dank.